So, wir schauen mal rein. Wisst ihr, an was mich das hier erinnert? Welcome to the Game 2. Das werde ich niemals schaffen. Das ist zu schwer das Spiel. Jetzt wissen wir, warum Schlecker schließen musste. Was? Hat das mit Schlecker zu tun, Chat? So, Mäntel eröffnet seinen ersten Weed Shop. So, und das Spiel heißt Weed Shop. Ist das auseinander geschrieben oder so? Weed Shop 2, da haben wir es doch. Ist immer gut, wenn man es bei Twitch finden kann in den Kategorien, dann ist es safe. Okay, gut. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ist das ein Drogentrip oder was? Doppelt. Okay, ich bin jetzt schon drauf, Leute. Fuck. Ich bin jetzt schon mega drauf. Wir haben unseren Weed Shop noch nicht mal gebaut und ich bin schon komplett weggeballert. Okay, so this is it. Oh, fuck. So. So, was muss ich weiter drücken hier? Aha. See, that wooden piece of crap over there. Yeah. It used to be used as grown, no, grow setup. It got a bare bones lighting system and enough space to grow three plants at a time. Ah, geil. Since you can't grow weed in your shop, your first task will be to move it to the grew room. Wo ist der Akzent hin? Er kommt nur, wenn ich was rauche. Okay, kurzer Real Talk. Wer von euch hat schon mal bei sich zu Hause privat Hanf angebaut? Und wenn ihr eins schreibt, könnt ihr dann direkt dahinter eure Adresse schreiben. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hab das schon mal gemacht. Und ich hab meiner Mutter zwei Jahre lang erzählt, dass das eine Tee-Pflanze ist. Wie geht's denn hier weiter? Tabki. Ist das eine Mickey-Maus-Hand? Leute, das ist original eine Mickey-Maus-Hand. Das gibt eine Klage bei Disney. What the fuck? Was do ich jetzt? Add it to your inventory. Mach ich das? Fuck, ich hab nicht gelesen. Oh. It's time to visit your depressing little grow room. Like the little implies, this is the place where you will growing shit. So you should place your grow setup there. Also die Pflanze, die ich großgezogen hab, das war kein echtes Weed. Also da war kein THC drin. Sondern, ja danke, Chad, für die Adresse. Sondern, wir sind nachts von einer Party gekommen und sind mit dem Taxi ausgestiegen und wollten mal wieder vor dem Taxifahrer wegrennen. Und sind dabei nicht durch ein Maisfeld gerannt wie sonst, sondern durch ein Nutz-Hanff-Fels, Feld, Feld. Und da haben wir irgendwann gemerkt, krass, das ist ja alles Hanf. Und wir dachten erst, wir sind innerhalb von so einem geheimen Weed-Feld gelandet, was in so großen Plantagen drin ist. Wir haben noch nie den Taxifahrer wirklich geprellt. Die wurden jedes Mal erwischt und mussten immer bezahlen. Und jedenfalls haben wir dann ganz viel von diesen Pflanzen mitgenommen und haben die eingesteckt. Dann hab ich die zu Hause angepflanzt und es ist eine einzige Pflanze draus gewachsen. Und dann war da, stand das einfach auf meinem Wohnzimmertisch, stand einfach, das war in so einer Tee-Dose, hab ich Erde reingemacht und da kam die raus. Und meine Mutter hat irgendwann mal gefragt, was das für eine Pflanze ist und dann meinte ich, das ist eine Tee-Pflanze. Und dann hat sie keine weiteren Fragen gestellt. Und jedenfalls hab ich dann, ich hab die dann so richtig, das war wie so meine Babypflanze, man. Dann hab ich die so mit Alufolie umwickelt, damit die mehr Licht bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hab ich mir die gezogen. Die war so schön, die war wunderschön. Also die war so richtig schön. Und dann aber, irgendwann ist die vertrocknet und kaputt gegangen. Und ich hab nie versucht, die zu rauchen oder so. So. Okay, it's time to visiten. Ja, okay, dann visiten wir den mal. Wie mach ich denn das jetzt? Hä, warum geht der von selbst immer weiter? Okay, ich drücke Tab. Ah, krass. Hä? Okay, wie move ich die in... E. Okay, ah... Wow! Ach, guck mal, da sind sogar schon die Lampen drüber. Guck mal, ich kann das rotieren. Wir stellen das mal hier so ran. So nah wie möglich. Scheiße, kann ich so rotieren. So, ist gesetzt. Nice, you didn't completely suck at it. Hey, was denkt denn der von mir? Ähm... Voll schief. Das ist nicht schief, oder? Ist schief? Ist nicht schief. So, look at the setup and press left mouse button to select it. Ja, hab ich... Ah, krass. Okay, wir nehmen so einen Pott. Yeah, now that you have all the necessary equipment setup, it's time to start growing wheat. Each wheat strain has different properties which affect grow time and yield. Yield ist Ernte, oder? Eigene Musik benutzen? Was meint ihr, eigene Musik benutzen? Für was? Wo kommt der hoher Ton? Was für ein hoher Ton? Was hört denn ihr? Gibt es denn bei den Tipps? Ich höre das gerne. Ich höre das nicht. Hey, warte mal. Gehörtest, Frequenzen. Gehörtest, Frequenzen. Was mache ich denn den? Ich höre da gar nichts. Hört ihr irgendwas? Ey, mach auf. Ihr träumt mich doch gerade. Ihr hört gar nichts, oder? Alter, warte mal. Warte, ich habe jetzt. Ihr Trollt so hart, ey. Warte mal, lass mal hier hören. Ihr seid so hart am Trollen-Chat. Ihr hört doch gar nichts, Mann. Okay, 30 Hertz könnte man hören, oder? Alter, das ist ja krass. Ey, das ist sick. Ich zeig mal hier. Okay, das höre ich auch. Jetzt das hier. Das ist so ein ganz tiefer, brummender, so ein wabernder Ton. Geht ihr denn hier? Also, das hört sich angenehm an, finde ich, oder? Okay, wer von euch hört das hier nicht? Fuck. Ich hätte andersrum fragen sollen. Egal, wer hört das nicht? Also, ich höre ab hier, glaube ich. Ja, ab hier höre ich was. Bin breit wie Sau, höre nichts mehr. Ja, also, das hier sind die ganz niedrigen Frequenzen. Lass mal zu den ganz hohen gehen. Okay, also, ich glaube, bis 20 Kilohertz ist die maximale Hörgrenze vom menschlichen Gehör. So, hier. Ich, 35 Jahre, höre noch bis 17.000. Und wer hat das da reingeschrieben? Habe ich das da reingeschrieben? Okay, lass mal hier ganz kurz reinhören. Ich höre gar nichts. Hört ihr das? Okay, 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 okay. Okay, okay, Chat hört es scheinbar gut. Soll ich leiser machen, oder was? Das ist so laut. Ich höre halt gar nichts. Wie hört denn ihr das? Ich bin halt fucking alt, oder? Ich spiele das Leon vor. Stimmt. Okay, warte mal, bis wohin höre ich denn? Lass mal kurz hier gucken. Das habe ich gehört. Okay, lass mal hier kurz, ganz kurz. Ah! Ah! What? So hört sich das für euch an? Ich muss ganz schnell runter von der Seite. Oh! Gut. Sorry, ey. Das war kurz Datenerhebung. Ob ihr gut hört? Boah, alter Schwede. Das hat es aber, da hat es aber voll des Ohrenschmalz rausgebrettert, oder? Gut. Okay. So, Select Pot. Ja, ich habe den Pot. Ich selekte mal den Pot. Plant a seed. Remove Pot Button. Okay, wie planten man Seed? Life is good. Oh, gee. Now that your seed is in the ground, you will have to take care of it, till it's ready for harvest. Which is pretty easy, as long as you remember the basics. Water your wheat to make it grow. Aber nicht zu viel. Man darf nicht zu viel. Hört ihr eigentlich immer noch piepsen, oder was ist los? Hört ihr jetzt gerade ein Piepsen? Gar nichts mehr. Ja, kein Piepsen. Ich auch nicht. Beim Weiterklicken. Ach, wenn man weiterklickt, dann kommt so ein Piepsen. Danke für den Finitus, Anzeige ist raus. Das war ein normaler Hörtest. Dann müsst ihr die Seite anzeigen, die das bereitstellt, nicht mich. Ich habe nur geguckt, wo man einen Hörtest machen kann. So. Weed will grow even if you leave the shop, till it runs out of water. Also, das heißt, so lange wie der Wasser drin ist, wird es wachsen, danach nicht mehr. Pumps increase the water capacity. Okay, brauchen pumpen. Nutrients reduce the total grow time. Harvesting your wheat prematurely will result in reduced or no yield. Now stop digging around and get to it. Ja, sorry, Mann. Ich dachte hier schon ab. So, okay, ich brauche aber noch mehr. Okay, first water your plant. Ich kann immer nur 25 Prozent. Ach so, ich weiß, was ihr meint. Jetzt höre ich es auch. Jetzt höre ich es auch. Immer wenn ich weiter drücke, gibt es dieses... Wie so ein ganz hohes... Ach, krass. Ja, aber wie soll ich denn das wegmachen? Wie soll ich das denn wegmachen? Ähm, what the fuck? Wie soll ich das denn wegmachen? Warte, wie komme ich denn hier raus? Warum ist das jetzt schon so schnell gewachsen? Alter, vier. Wie komme ich hier raus? Fuck, nein. Wie komme ich hier... Ach, das war nur ein Tutorial, okay. Game is lame. Ja, bisher finde ich es auch lame. So, was? F2. Ach, zwei. Ähm, chat. Warum steht dir Corona-Virus? Hä? Okay, warte mal. Ich versuche nur zu verstehen. Life is good OG. Das ist die erste Samensorte, die wir gekauft haben. Die kostet 60 Dollar. Dann gibt es Girl Scout Cookies. Das ist scheinbar so eine entspannte Sorte. Für nur 30 Dollar. Ah, hier sind die Wachse... Äh, hier, das wächst in einer Minute, das wächst in drei Minuten. Da bekommt man 10 Gramm raus. Hier 5. Hä? Dann sollten wir das hier anbauen. Weil das ist ein Drittel der Zeit, aber man bekommt die Hälfte raus. Wir sollten auf jeden Fall die Girl Scout Dinge anbauen. Oder, warte mal. Das ist die doppelte Zeit, aber nicht das doppelte Zeug, okay. Okay, und das hier ist vier Minuten für 14 Gramm. Die vierfache Zeit... Ey, das Beste sind die Girl Scout Cookies, oder nicht? Matteo, du verpasst das Wendler gegen Pocher Duell auf RTL. Fuck. So, okay. Dann kaufen wir mal die Girl Scout Cookies. Wie viel Geld habe ich denn gerade? 1.500 Dollar. Wie kann ich das auswählen, Chat? Ich kann ja gar nicht so drücken. Oh, jetzt. Hä? Was mache ich? Das Tutorial, okay. Ah, guck mal hier. Wir können hier den Counter hinmachen, wo wir das Zeug verkaufen. Hey, das ist ja geil. Okay, warte, warte, warte. Und so. So, so you've got the counter, but your shop is still empty as fuck. That's because your shop reputation is non-existent and that pizza box sign is not fooling anyone. To find new customers and earn the respect, you will have to go out and hustle by handing out free samples. Depending on the quality of your sample, you will either get people to visit your shop or increase its reputation. Customers that respect your shop will likely return again, even without a sample as an incentive. When in store, samples can be used to extend the customer's wait time and improve satisfaction. Rejecting a customer will result in negative satisfaction while knocking him out will result in negative respect. But we will get to that later, okay. Oh, meine Stimme ist voll angekratzt. Titel ändern. Ihr habt doch einen Titel geändert, Chad, oder? Titel ist doch gut. Ja, ist gut, okay, cool. Ich bin mal kaputt wegen Piepen. Nee, nicht wegen dem Piepen. So, okay, wir können uns hier ganz normal bewegen. So, das Erste, was wir machen, ist... Bin ich mit dem Tutorial jetzt fertig, oder was? Oder... Wer ist da? Wow! Hallo? Äh... Was soll ich mit dem machen? Okay, ähm... Okay, what's up, Essay? You got the dope, what up? Hook me up with three Gs. Okay. Okay, wir machen unser Sample Inventory auf und sagen... Wack Joint, Heavy Duty Joint oder Serious Blunt. Okay, wir geben ihm nur Serious Blunt. Es piepst... Man, Chad, ey. Was soll ich denn tun, wenn es piepst? Ähm... Ach, krass. Okay, Click to Interact. Sell him some weed. Okay. Ace it. You're way better at this shit than you're a... ...Presedicer... ...Predeci... ...Vorgänger. In fact, you might be the weed prodigy of the year. Ja, glaube ich auch. Ich höre die Piepser auch, aber die sind nicht so schlimm für mich, weil ich über die Boxen höre. Kannst du die nicht generell denn... Ja, ich kann den runterregen, den Ton generell. Warte mal. So? Ist so besser, Chad? Ja, ja, ja. Okay. Lass uns erst mal so. Ganz schön leise, der In-Game-Sound. Okay. Dann machen wir hier das Menü auf. Also. Eins ist der Grow Room. Zwei ist das Menü. Drei ist der Front Shop. Tab ist Building Mode. Q und E. Jump to Notification. Okay. Oder Select Inventory Item. Smoke Mode gibt es auch. Cancel Aim. Space is Attack. Warum muss ich denn irgendwas attacken? Interactions. Z. Give a Blunt. X. Sell Weed. C. Okay. Die drei. Na gut. Okay. Missions. Weed Grower 421. Try growing and harvest. A half ounce of wheat. If you can handle this simple task, I will hook you up with some extra cash money and you will gain some invaluable experience. Grow basics. Ich würde aber gerne die Girl Scout Cookies anbauen. Wie wäre das denn? Matteo, wolltest du nicht deine Haare schneiden lassen? Ja, wollte ich. Aber ihr kennt es ja. Wenn man zum Friseur will, hat man meistens keinen Bock drauf. Und dann schiebt man das so lange auf, bis es halt nicht mehr geht. Und jetzt versuche ich morgen zu gehen. Wenn ich morgen jetzt nicht zum Friseur gehe, dann muss ich mit Scheißhaar nach Berlin fahren. Hat's geding-dongt? Leute, wie komme ich hier raus? Was muss ich denn hier drücken? Leute, wie komme ich hier aus dem Menü raus? Wo ist hier ein fucking X? Ich drücke X. Unten rechts. Unten rechts. Unten rechts. Oh. Ich habe echt ein krasses Links-Rechts-Problem. Ohne Scheiß. Aber wisst ihr, was das Komische ist? Mein Links-Rechts- Mein Links-Rechts-Problem ist so konsistent, dass es schon einfach falsch gewired ist. Es ist nicht irgendwie so random, sondern ich gucke immer nach links, wenn rechts da steht. Okay, wir knallen dem einen Happy-Duty-Joint rein. Und der jungen Dame knallen wir einen Serious-Blunt rein. So, okay. Okay, haben wir dem jetzt schon was verkauft? Geht das so schnell? Also Leute, das ist mir ein bisschen zu sexuell hier. So, lassen wir erst mal jetzt hier, wie kann ich hier anpflanzen? So, genau. Wir machen hier so einen schönen Pot rein. Was ist der Unterschied zwischen den Potts? Advanced Pot. Wie teuer ist der denn? Oh, ich habe kein Geld mehr, oder? Doch. Okay, wie komme ich hier wieder raus? X. Hä? Also, Basic Pot. Das habe ich hier einen teuren. Wie viel Kohle habe ich noch? Ich habe 35 Dollar noch. Ich bin jetzt schon broke. Die gehen weniger kaputt, okay. Live ist... Wir pflanzen erst mal die an, die wir haben. 5 Minuten, okay. Und Ghost Taze, 4 Minuten. Dann gießen wir den hier. Gießen den hier. Und wir gießen den hier. Und wann muss ich die... Muss ich... Dünger benutzen, oder ist es egal? Gossen habe ich ja jetzt. Ich muss hier wieder nachgießen, glaube ich. Kann ich auch mehrmals gießen? Ach, ja, warum gießt ihr nicht voll? Okay, das sieht gut aus. Kann ich übergießen? Nein, oder? Ich fand das Expertenquiz am Donnerstag echt geil. Danke dir. Beziehungsweise musst du Maurice sagen. Er hat es ja alles gemacht. Ich habe nur mitgeraten. Oh, fuck. Hallo, Sir. Ich verkaufe Ihnen sofort. Your Weedstock has run dry. Fuck. Dann geben wir ihm einen Überbrückungsjoint. Aber einen beschissenen. Und dem hier, der sieht aus wie ein Genießer. Dem geben wir einen besseren. Was ist hier draußen los? Ey, was machst du hier von meinem Laden? Völlig scheiße. Kann ich hier irgendwas anbieten? Nee. So, wie sieht es hier aus? Aber wir müssen hier wieder gießen. Okay, dann hier genauso. Und hier. Ich könnte einmal ganz kurz düngen, oder? Vielleicht düngen. Wie findet Matteo eigentlich immer diese Perlen, die er sonntags spielt? Die finde ich nicht. Das ist... Wir wollten eigentlich einen Drug-Dealer-Simulator spielen. Aber der ist noch nicht durchgewunken bei Steam. Und deswegen... Und deswegen... Ähm... Wuh! Geil. So, warte. Und deswegen hat der Chat dann den hier empfohlen. So, warte. Kann ich den? Okay, nice. Ich bin schon Level-Up. Okay, geil. Äh... Du düngst aber die langsamste Pflanze. Achso! Okay, verkaufen das hier mal. Boah, Chat, was ist denn hier los? Äh... Junger Mann, geht es Ihnen gut? Wollen Sie vielleicht mal hier einen Whack-Geunt probieren? Wuh! Äh... So, wir pflanzen hier neu an. Ich würde erst mal alles anpflanzen, was wir haben. Okay, das sieht gut aus. Okay. Das braucht noch zwei Minuten. Das braucht noch eine Minute dreißig. Können wir sie... Meint ihr, wir können sie eine Minute dreißig hinhalten? Sind wir doch auf Crystal? Ja, keine Ahnung, was es mit... Sie sieht ein bisschen aus wie... Wie Gino, oder? Ähm... Ähm... Wie, ich habe genug. Was meint ihr? Habe ich noch? Ach, lol, ich habe ja noch. Ciaoi. Oh, fuck. Und der nächste rein? Am 16. März... Oh, fuck, ich habe nichts mehr. Okay, warte, dem geben wir was. Und zwar hier so ein Whacky-Geunt. So, äh... Hier sind noch 40 Sekunden. Fuck, ich muss gießen. Ey, wie viel man die Pflanzen gießen muss, ist doch nicht real. Das ist doch nicht realistisch, oder? Oh, der sieht aus wie ein erfahrener Ganja-Mann. Dem geben wir einen sehr guten Joint. Hier, ein Serious Blunt. Alter, jetzt fuck dich mal nicht so ab. Hier, du kriegst noch was, oder? Hier. Mal so ein Whacky-Geunt. Und hallo, Sir, Sie brauchen da bestimmt... ...ein Heavy-Duty-Geunt, oder? Ja, schön einen reindübeln. So, Wasser sieht noch gut aus bei allen. Das sind drei Sekunden fertig. Das werden wir gleich... Ja, und zwar jetzt. So, gehört uns. Das hier gießen wir jetzt nochmal schnell. Und das gießen wir auch nochmal schnell. Und hier pflanzen wir direkt nochmal neu an. So, und dann gießen wir das auch nochmal. Geil. So, warte, Jungs, ich bin da. So, nice. Der nächste... Der Laden brummt ja, Leute. Was ist denn hier? Okay, das was? Hallo. Ja. Ja, den kennen wir doch. Der war doch schon mal hier. Was ist denn bei ihm? Fuck, der Stocker ist da. Der Stocker ist da, und wir verkaufen Drogen. Ist das... Keine... Keine... Nicht gut. So, okay. Hallo, Lady. So, wir geben mir erstmal... Ne, ich brauche hier keinen geben. Verkaufen wir direkt. Ne, fuck, doch. Ich muss hier was verkaufen. Äh, muss hier was andrehen. So, wie glaub... 40 Sekunden noch. Das ist fertig. So, ab... Alter, das sind dicke Knollen. Guck mal hier. Hm. So, und dann... Äh, hier müssen wir nachgießen. Genauso wie hier. Was hat das mit dem Stocker auf sich? Äh, wir haben mal eine Zeit lang... Äh, Twitch-Stocks gespielt. Da haben wir verschiedene Twitch-Channels aufgepumpt oder gedumpt. Und haben die gekauft oder verkauft. Und da sind wir beim Stockguy auf den Channel geraten. Und haben ihn gepumpt. Und er hat es als direkten Angriff gesehen. Hat ja gemeint, er bucht einen Flieger nach Hamburg. Weil er wohnt, glaub ich, irgendwo in Amerika. Und er greift unser Studio an. So, fuck, ich muss shoppen. So, wir kaufen jetzt die Girl Scout-Cookies. Und wie viel kaufen wir? Fünf... Sechs. Okay. So, okay, die sind drin. Okay, easy. Gehe, fertig. Oh, guck mal, wie das aussieht. Okay. Oh, Trimble, stimmt, stimmt. Ja, ja. Okay, Leute, wir sind gleich... Ich wollte mir den nur mal ansehen, wie der so ist. Ich wollte mir den, äh, hier den Weed Shop Simulator nur mal ansehen. Ob der was ist. Aber den könnten wir uns, glaub ich, noch mal ansehen. Aber nur als Überbrückung, bis der Drug Dealer Simulator draußen ist. Okay, dann lass mal hier rausgehen. Wie kommen wir aus dem Spiel raus? Hier. Save. Yes. Wie komme ich hier denn komplett raus? Chat, wie komme ich aus dem scheiß Spiel hier raus, Mann? Bis zum nächsten Mal.